Minimalen Schlitz. Ich bin kein Fan von so ewig langen Schlitzen, aber das ist eine Andeutung eines Schlitzes, wo auch dann die Rüche weitergeführt wird, was dann diesen romantischen Look macht. Die Beinlänge ist optisch eine Beinverlängerung. Da habe ich mit verschiedenen Längen gearbeitet. Das hier war mir persönlich zu kurz, denn ich möchte, wenn ich aufstehe, trotzdem angezogen sein. Ich möchte, meine Kinder, mein Großer ist 16, wenn der mit seinen Freunden zu Besuch ist und ich möchte morgens da irgendwelche Snackboxen machen, da will ich nicht so zum Frühstück gehen müssen. Das heißt, ein bisschen Länge war mir wichtig, um mich angezogen zu fühlen. Dennoch brauche ich das nackige Bein zum Schlafen, weil es einfach so gemütlich ist. Wenn das Bein jetzt länger wäre, hätten wir eine Beinverkürzung optisch. Diese Länge hier ist quasi der, wie soll ich sagen, Porsche unter den Beinlängen bei kurzen Hosen? Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr sportiv. Ja.